Und deswegen haben sie wahrscheinlich nicht nachher das Modell hier angepasst, nachdem sie den leuchtenden Brimstone eingefügt haben. Könnte ich mal vermuten. Oh, hier sind wir auch schon wieder fertig. So, dann macht man hier weiter. Und ja, irgendwie wird es ein bisschen heller. Wieder so ein einzelner Holzdinger, der da rausfragt. So, dann macht man hier noch ein bisschen heller. So, dann macht man hier weiter. So, dann geht's. 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 Gut, wieder mal nach unserem Steinbruch gucken. Oh, wir haben die letzte Ebene angefangen. Und es liegen wieder Steine rum. Äh, du da. Lass dich auswählen und nimm den Stein da bitte noch auf. Der gehört nämlich noch dir, beziehungsweise den hast du da vergessen. Ja, unsere Treppe ist schon mal freischwebend. Freischwebend. Okay. 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 Hier können wir auch wieder verschieben, weil du hast schon wieder nichts mehr zu tun. Ja. Okay. Okay. Ja, das Eck ist ein bisschen Unglücklich, aber Halb so wild Er will die nächste Schicht auffüllen Wird das schon wieder besser Und ja, das hier ist immer noch die andere Seite, die schon fertig ist Und langsam wird hier auch immer weniger Wir arbeiten jetzt nach hinten Yay Okay Oh, und die Sonne geht auf Guckt sie euch an da hinten Sonnenaufgang Hui Egal wie weit wir uns von der Insel fortbewegen Wenn wir überhaupt weiter weg können, können wir Näher kommt Die Sonne uns nicht Na, so wie uns der Nordpol nicht näher kommt Aber der Kovac Moon ist ja immer noch da oben Muss ich Angst haben, dass er jetzt gleich Todesstrahlen schießt Und irgendwas hier kaputt macht Irgendeine Insel Ja gut Nicht mehr lang, da ist der Steinbruch weg Oh, ihr habt hier komplett aufgefüllt Hier wird es auch immer Weniger Ah, weiter als so geht hier doch nicht Weiter als so erstmal Hey, da sind wir bald fertig mit dem Auffüllen Und können wieder an die nächste Tagesordnung gehen Nämlich das Bauen Von den Hölzern Oh, ich bin rausgeglitscht Schade Oh, ich bin rausgeglitscht Ich bin rausgeglitscht Mit einer Ich bin rausgeglitscht Ich bin rausgeglits So, da können wir auch schon wieder eins weitergehen. Und hier können wir schmaler machen. Und bis an die Kante gehen. Yay. Wenn ich darüber gehen würde, dann würden sie abtragen. Das will ich allerdings nicht. Ich will nur, dass aufgefüllt wird. Hm, praktisch. Oh, es flackert jetzt hier ein bisschen. Ich dachte gerade schon, es würde regnen, aber Regen gibt es in dem Spiel ja nicht. Also ja, es gibt hübsche Schäfchenwolken, aber Regen habe ich bis jetzt noch keinen gesehen. Ich weiß noch nicht. Oder ist das? Ich weiß noch nicht. Das ist so, dass wir jetzt hier in der Zeitpunkt haben. Ich weiß noch nie, wie ich noch nicht. Das ist das Sitzung. Das ist das Sitzung. Ich weiß noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt da alle unter der Erde sind, geht das ja so gut ... ... ... ... ... ... ... ... ... Okay. Okay. Vielleicht erst so. Irgendwo habe ich da noch einen übersehen, scheint mir. Der müsste dann hier sein. Nee, halt, falsch. Okay, ich bin jetzt gerade etwas verwirrt. Etwas verwirrt. Ja, genau, Leck. Der ist immer schön. Gut, das ist die erste Line. Das ist klar. Das ist die zweite Line. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Und ja, ich lasse die da oben mal weiter Steine kloppen. Wir brauchen ja später noch genug Steine. So, machen wir erstmal das hier fest. So, dann gehen wir wieder hier rein. Ah, gehen wir rein. Ach, Meno. Gucken, wo wir gerade sind. Hier sind wir. Okay, ja. Hier ist definitiv was falsch gelaufen. Und hier. So. Okay. Okay.